Blub, blub, Leute! Willkommen zurück zu Let's Play The Bitcher im Stream! Ja. Das wäre jetzt John McLeods Lieblingsszene hier, nämlich die Kandensation, in der wir uns gerade befinden und in der wir noch was machen wollen, denn hier war noch irgendeine Sekte. Ich hoffe nur, dass mein Dragon's Dogma Glück hier nicht anhält und ich damit wieder unendlich viele Quests versaue. Das ärgert mich so sehr, ne? Ich hab's nicht mehr gewusst, dass mein erst in den Witchwood gehen muss. Dann hätte ich gesagt, wir gehen jetzt einfach in den Witchwood, anstatt euch entscheiden zu lassen. Ich meine, ihr konntet es ja auch nicht wissen, denke ich. Voll doof. Voll, voll doof. Und sehr, sehr ärgerlich. Ich könnte mir überlegen, wenn ich Zeit hätte, was ich leider nicht habe. Warte mal, was kämpfe ich hier eigentlich? Sword of the Order? Warum? Ich will das Witchers Silver Sword. Kein Wunder, dass ihr keinen Schaden macht. Nimm mal ein ordentliches Schwert, ne? Guck mal hier, jetzt geht das schon gleich viel besser. Und das selbst mit dem hier Ding-Style. Ich glaube, gegen Ghoul kann ich auch einen schweren Angriff machen. Okay. Jetzt mal schön die Remains plündern. Richtig schön lecker Gehirne sich holen. Aber ein Ghoul ist leider kein Alghoul, so traurig es auch ist. Entrance to Kultus Script. Okay, da müssen wir hin. Warum habe ich jetzt schon wieder... Jedes Mal, Leute, warte mal, ich mache mal gerade einen kleinen Save. Jedes Mal stellt er sich wieder um auf Englisch. Ich verstehe es nicht, warum. Das lasse ich jetzt drin im Video, ist mir wurscht. Damit ihr das auch mal seht. Subtitles immer... Nein, die Voice-Offers will ich nicht auf Polnisch. Aber ich hätte gerne die Subtitles auf Deutsch. Dankeschön. I don't get it. Jedes Mal. Jedes Mal. Das hat er nämlich auch mit Suos gespeichert und nicht mit Kloaken. Wie es sich eigentlich gehört. Wie, du kannst die Quest noch machen? Ja, was habe ich denn dann bitte gemacht, dass die Quest mir... Dass die Quest mir, äh... Versagt bleibt. Das finde ich voll gemein. Den Brunnen vielleicht? Ich bin irgendwie zu weit vorangeschritten. Ich weiß nicht, warum, weil ich habe auch nichts mehr gemacht. Ich habe die Viecher dahin... Äh, ich habe die... Ja, das ist die Schwalbe und keine Katze. Ich habe die... Das Ding dahin... Eskortiert und das war es eigentlich. Mehr habe ich noch nicht gemacht. Du warst noch nicht in Kasades gewesen. Ja, toll. So ein Kack, ey. So ein Mist, ganz ehrlich. Ich mag es nicht, wenn man Quests einfach so versauen kann. Ohne eine Warnung und sowas. Das macht einfach keinen Sinn. Und das hat auch nichts mit Wiederspielwert zu tun. Das ist einfach nur Schikane und doof. Ehrlich mal. Das ist voll doof. Wo soll ich denn wissen, dass ich, wenn ich wieder nach Kasades gehe, auf einmal Quina wieder zurück ist? Oh ja, ich bin übrigens hier. Ich hoffe inständig, dass jetzt nicht eine Questline komplett wegfällt. Weil das war eine richtig, richtig schöne Questline. Eine richtig coole Questline. Die ich auf gar keinen Fall weglassen will. Und wenn ich den ganzen Kack irgendwie nochmal nachspielen muss, dann dauert es halt, bis wir das nächste Mal Dragon's Dogma spielen. Fünf, sechs Monate, weil... Ist mir völlig egal. Dann spiele ich den ganzen Kack nochmal nach. Ah, guck mal, wir kriegen neue, äh, neue Dings. Ne, doch nicht. Hä? Ich dachte, wir würden jetzt hier ein neues Zeichen bekommen. Noch eine Feuchtigkeit. Wieso ist hier nichts? Waren wir hier schon? Komischerweise... Nein, wir waren hier noch nicht. Ich dachte, wir hätten jetzt ein neues Zeichen bekommen. Hallo, Fledermäuschens. Ah ja, hier muss jetzt aber was sein, oder? Eine Kruft. Eine leere Kruft. Sag mal, das sind aber langweilige Kultisten, wenn dir nicht mal einer rumstab, den man ein bisschen verprügeln kann. Kultist, da hinten, okay. Jo, einmal rund gegangen, cool. Konsequentes Handeln. Ja, ist doch so, weil... Tut mir leid, ich lasse mir nicht so eine geile Questline entgehen. Also, und vor allem euch nicht, weil... Ist doch scheiße. Ich finde das doof. Ähm... Ja, wir sind jetzt bei Witcher, deswegen will ich nicht über Dragon's Dogma ragen, weil das... Also, ehrlich... Ich sowas ausdenke, wird geschlagen. Wie sollen wir denn sowas wissen? Also, meines Erachtens gab es zumindest keinen Hinweis drauf. Aber wie gesagt, ich werde das dann wahrscheinlich irgendwie nachspielen, oder so. Und mache ich halt einen neuen Speicherstand, und wir spielen ihn soweit vor. Ist ja nicht so schlimm. Okay. Kein Problem, kann ich ja speichern. Aber ich bin hier auch nicht direkt hingegangen. Ach, guck mal. Es ist ja gut, dass wir das Zeichen noch haben. Oh mein Gott, das sind ja gar nicht wenige. Äh, ich hätte dann aber lieber das Hexastahlschwert, weil das besser ist. Und ich hätte gern das Feuer. Alter, wie er abgeht, ey. Wie er sich dreht und rumhampelt. Ist doch kein Schwertkampf, was er da macht. Oh mein Gott, das ist aggressives Tanzen. Alter. Ich kann ja verstehen, dass du einen Hass auf die Typen hast. Ich meine, ich weiß nicht warum, aber... Vielleicht lässt du doch gerade den Hass an der Salamandra an denen aus. Ich weiß nicht mehr, was diese Kultisten hier wollten. Also, beziehungsweise warum wir die jagen. Einfach, weil es Kultisten sind. Ist cool. Bin ich dabei, aber... Oh, guck mal ein Kopf. Äh, aber was soll der Quatsch? Die können ja auch nichts dafür, dass sie so vollkommen hirnverbrannt sind. Ja, okay, können sie eigentlich schon. Können sie eigentlich schon hier mal ein Buch lesen können. Ähm, Feuerstein? Brauche ich nicht. Aber die Pilze nehmen wir mit. Nom, nom, nom. Lecker Pilzchen. So, mal gucken. Äh, ich glaube, da unten geht es weiter. Deswegen gehen wir erstmal in die große Halle hier. Also, die Typen waren ja jetzt erstmal kein Problem. Die Kultisten selbst. Aber es könnte dann, dass hier noch ein bisschen was anderes rum bekreuchen und fleuchten. Es wäre cool, wenn hier ein paar Algule kämen. So drei Stück. Dann hätte ich nämlich auch die Quest für, äh, Dings fertig. Für Kalkstein. Okay, darum ist auch nichts. Was für einen Nutzen hat sowas? Ein Auffallbecken für Wasser oder so? Weil, macht keinen Sinn. Gibt keinen Abfluss und gar nichts. Hm. Ich finde sowas immer sehr strange. Neue Region mitbegegen, mitreden. Ich bin doch die ganze Zeit in der Kruft, dachte ich. Aber interessant, dass die Kanalisation an der Kruft mündet. Okay. Kreis der leblosen Luft, okay. Ich hätte immer noch gerne das Schwert, Geralt. Dankeschön. Oh, das war schnell. Let's do G-Set. Oh mein Gott. Fallt ihr schnell tot um. Das ist ja ekelhaft. Man verliert dabei so schnell die Köpfe, Mensch. Das ist ja grausig. Von denen überhaupt einer einen Schlag abgeben können? Ich meine, ich hoffe nicht. Das verdienen sie nicht. Kreis der leblosen Luft. Von der Feuerstelle. Ha. Okay, hier gehen wir außerhalb der Karte, Leute. Seht ihr es? Seht ihr es? Wir schweben gerade im Nichts. Gute Nacht, Eto. Schönes Wochenende noch. Und schön, dass du da warst. Bis dann. Ähm. Geht also nicht weiter. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, da hinten. Kommt vielleicht nochmal hin. Was soll's. Hey, meine Freunde. Ja, versuch's doch. Also ich glaube, ein Hund hätte dir nicht so viel Schaden zugefügt. Das ist so gut, diese Kombos einfach. Die machen so viel Schaden. Ich glaube, da werde ich mich in Witcher 2 noch umgucken, wie wenig Schaden man da macht. Beziehungsweise, ich werde wahrscheinlich nicht so gut kämpfen können dabei. Okay, läuft. Geht nicht. Geht nicht. Nein, du sollst es wieder wegstecken. Ich will doch nur... Die Erdbeeren kann er behalten. Die können mit ihm vergammeln. Oh, guck mal, der macht Powerslide. Cool. I like. Du hast eine Zuckerpuppe. Die brauche ich nicht. Habt ihr alle nur so einen Quatsch dabei? Wie wär's mal mit Geld oder so? Die nehmen wir mit. Rundlich warm hat er sich ja nicht oft. Haarkreis hat hier bloß in Luft. A-Zeichen wird erhöht. Das ist cool. Aber Igni wird auch erhöht. Holztruhe. Cool. Uh. Ganz viel kranke Scheiße. Met und so ein Quatsch. Optima Mater. Okay. Interessant. Dankeschön. Ganz viel alchemistische Zutaten. Soll ich hier etwa was brauen? Soll mir das Spiel gerade sagen? Ach, Melly ist erst auf dem Heimweg, die Arme. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass die Dragon's Dogma verpasst hat. Aber zur Not kannst du es ja noch mal angucken, wenn ich die Parts hochlade. Und meine Trauer miterleben. So gemein, ey. Ich mag das nicht. Ich will die Quest abschließen. Ich will nicht welche versauen. Ja, aber egal. Beim nächsten Mal seht ihr das. Ganz einfach. Mal gucken ein bisschen so neben Beispielen. Geht schneller als aufnehmen. Vielleicht kann ich das relativ zügig wieder nachspielen. Wir werden dann ein bisschen anderes Equipment haben. Ein bisschen anders aussehen. Das tut mir dann natürlich leid. Aber was soll ich machen? Ich will euch die Quest zeigen. Unbedingt. Und dann werden wir die andere Quest nochmal machen müssen. Die nehme ich dann einfach nicht auf. Und fertig. Die nach Grand Soren. Oder beziehungsweise vielleicht mache ich es ja auch schon, wenn ich Lust drauf habe und Zeit habe. Mal gucken. Und wir sehen dann nur... Also wir gehen dann nicht nochmal das mit dem... Mit dem... Dings machen, sondern... Ich bin gerade ein bisschen... Ne? Fertig. Ne? Wir gehen dann nicht den Brunnen machen, sondern machen dann erst das. Überreste, die in der Luft schweben. Liegende Überreste. Hier ist sonst nichts. Was soll denn der Quatsch? Hier kann doch nicht so wenig drin sein. Ich dachte, hier wäre ein paar Alkohol oder so ein Quark. Irgendwas, was gefährlich ist. Und... Ja, okay. Die Kultisten machen mir genug Schaden, strangely, ne? Ich glaube, dein Ende kommt vor meinem. Oh Gott. So arm und lahm. Okay. Wo waren wir noch nicht? Genau da. Sehr gut. Natürlich, der Flip Table musste jetzt sein, ne? Faint. Geil. Okay. Äh... Ja, hallo ihr Freunde. Nein, ich will das ordentliche Schwert bitte haben. Komm. Bam, bam, bam. Hau ihn weg. Ich wusste gar nicht, dass du das auch gespielt hast, Nadinchen. Das Spiel. Ich wusste, dass du, glaube ich, mal anfangen wolltest, aber dass du das wirklich mal gespielt hast. Wusste ich nicht. Ganz ehrlich, ich hätte es mir, glaube ich, auch gespart, weil so spannend finde ich es nicht. Ähm, das Spiel, also das Gameplay an sich. Das Gameplay ist nicht so wirklich toll. Aber, ähm... Die Story ist gut und, ähm... Ich hatte halt keinen Spielstand und wollte mir jetzt auch keinen ziehen oder sowas, weil das ist ultra lame. Äh, ich will das wenn, dann selber machen. Und meine, beziehungsweise eure Entscheidung da drin haben. Dann hat das zumindest noch ein bisschen mehr Bedeutung. Als es sonst hätte. Von dem, was hier abgeht, zumindest. Ich bin auch gespannt, dass wir noch Entscheidungen treffen werden. Ein paar gibt's noch. Es sind gar nicht so viele, meine ich, oder? Ich glaube, es sind gar nicht so viele. Wichtig war eben das mit der Hexe. Ähm, hier sind Pilze irgendwo. Pilze, die für mich existieren und doch nicht existieren. Das ist saugut, Geralt. Du hast volles Aufspürvermögen. Äh, ich will keine Bomben. Den Diamant nehme ich. Den auch. Die auch. Das Schwarzwald war ganz behalten. Und den anderen Quatsch nehme ich auch. Ganz viel geilen Scheiß. Cool. War das hier optional? Ich weiß gar nicht, ob ich das bei John gesehen habe. Ach so. Warum heißt der Readybot eigentlich noch Readybot? Äh, ja, das dauert ein bisschen, Payne. Die haben gesagt, bis zu einer Woche. Also steht da in dem Formular, das ich ausgefüllt habe. Für die Umbenennung des Bots. Solange wird er erst nochmal Readybot heißen. Oh, hier war ich noch nicht, glaube ich. Gehen wir mal gucken. Solange wird er erstmal noch Readybot heißen. Und danach hoffentlich Gemi GLaDOS. Ich fand das ganz lustig. Und ganz schön. Welcher Nadine gesprochen hat? Ich dachte, Nadine, du hättest eben gesagt, du hättest gespielt oder so. Egal, was soll's. Ähm, vielleicht bin ich auch nur durch den Wind. Das kann natürlich auch sein. Isst mal eine Honigwabe, Gerald. Ist voll lecker. Hab ich gehört. Aber ich würde es nicht essen. Ich mag Honig nicht. Heute ist so ein bisschen der Tag von wegen, das mag ich nicht und das mag ich und so. Okay. Waren wir hier nicht schon? Nein, hier waren wir noch nicht. Okay, dann gehen wir hier noch lang und dann sind wir fertig. Mit dieser Gruft. Come at me, Bro. Oh. Hier geht mal ein Totes rum. Okay. Ist cool. Den Alkohol nehmen wir mit. Ein bisschen Orange und der Rest kann wegbleiben. Was brauchen wir schon mit dem anderen Quatsch? Wir brauchen auch keine Vitalität oder sowas. Obwohl, wir haben sie ja noch was. Hier eine schöne Erdbeere, Gerald. Mh. Lecker Erdbeeren. Erdbeeren hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Das hat schon was. Ach so, jetzt wären wir einfach... Toll, bin ich umsonst hier lang gelaufen. Wir wären eh wieder hier gelandet. Und wofür war der Quatsch jetzt? Ich dachte eigentlich, das hier gehörte auch noch zu einer Quest. Gehörte das hier nicht zu einer Quest? Hm. Ich finde es auch komisch, warum die Katze immer nachlässt, wenn er Art spricht. Weil für die Katze trinkt er ja einen Trank. Er braucht ja keine Magie. Da kommt eine Hexen-Magie da. Diese Zeichen kramen sie. Ja, wofür war das jetzt? Der Kreis hat mir auch nichts gebracht. Ha. Sehr... Sehr strange. I don't know, Leute. Nur für so ein bisschen Crab und ein bisschen Typenschnetzeln. Okay. Not done. Der berühmte Mimimi-Freitag? Was zur Hölle? Oh, Pain, du Lacker, ey. Das ist ja dreckig. Wir sehen uns die Wette rollen. Dice roll. Und natürlich gewinnt der Pain. Binder 4 von 10-seitigen Würfeln. Und da sind die Würfel nur 2. Oh, arme Nadinchen. Ach so, man kann den Chat ja eh mitlesen. Ich muss es ja gar nicht sagen. Haha. Ist das nicht cool? Ähm, wo bin ich denn jetzt gerade schon wieder? Da unten. Ja, ich will hier raus. Genau. Ist hier noch was? Ne, das ist nur ein toter Gang. Ja, geil. Neue Region, Korridor. Yay. Ja, hier ist eine Treppe gewesen. Dann kommen wir nur hier wieder raus. Ja, das war also total sinnfrei. Cool. Geil. Mach ich immer gerne. Ich dachte, das würde echt was bringen. Das wäre nützlich oder so. Das wäre sinnvoll oder... I don't know. Ähm. Heute ist nicht mein Tag, Leute. Heute ist einfach nicht mein Tag. Witcher ist gerade abgestürzt. Dum, dum, dum. Wir haben ja noch 12 Minuten, also screw it. Da seht ihr auch mal mein neues Banner. das mit der Painter-Sax netterweise gemacht hat. Mit den tollen, tollen Gamys von, äh... Nadinchen, von Trunksy. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und passt auch sehr schön, finde ich. Doch, doch. Passt sehr, sehr schön. Ah, starten wir Witcher nochmal schnell neu. Welche im Spielglück in der Liebe, ja. Ähm. Mal gucken. Oh Gott, wenn Witcher jetzt mal ein bisschen schneller starten würde und nicht so lange brauchen würde. dann ginge das vielleicht sogar. Ich hoffe, es gab einen Speicherstand. Und ich muss den Kram nicht nochmal machen. Ah, Schleimer. Immer diese Schleimer. Vom besten Paint ever. Yay. Ich bin immer noch nicht so richtig mit dem Mikro hier am klarkommen. Das ist... Ich hab mir das jetzt mal umgestellt. Oh, jetzt kackt wieder das Stream ab. Leute, ich mach ja doch mal einen kleinen Cut. Die Folge wird ein bisschen kürzer. Es tut mir leid. Tschü. Ich exacte. Ich glaube, ich muss da alreadyfzen. Ich sch conse jer.